Hallo und herzlich willkommen zu Nier Automata. Wir sollten zu dem Event gehen und mit ihr reden, da wir die Nebenquests, die zwei gemacht haben. Also, ach hey, ich habe tatsächlich auch eine Bitte an euch. Oh, wer hätte das gedacht? In letzter Zeit gab es viele Berichte über gefährliche Maschinen, die in der Wüste aufkreuzen. Das ist ja ungewöhnlich, daher könnte das ein Hinweis auf eine größe Sache sein. Tja, ich habe gehört, dass ihr Yoroha-Typen ganz gut darin seid, Dinge zu untersuchen. Meint ihr also, ihr könnt euch dieses Durcheinander einmal für mich ansehen? Ihr helfen. Wir haben ja keine Wahl. Danke, ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Ich werde unsere Verbündeten in der Wüste sagen, dass ihr hier kommt. Aber seid vorsichtig da draußen, okay? Okay. Ein Item. Kleine Erholung gehalten. Ja. So, ähm, gut. Ah, genau. Ich wollte noch hier die Waffen ein bisschen angucken. Hier können wir upgraden. Tugendvertrag. Ja, dann upgraden wir es ab. Wir haben keine aktiven Aufgaben. Okay. Ich gehe einfach mal zum Bunker. Vielleicht triggert das was. Und ab dafür. Aufgabe? In der Tat gibt es da etwas, um was ich hier bitten möchte. Wir brauchen hier Hilfe bei der Verbesserung der Netzwerkumgebung zwischen Bunker und Oberfläche. Sobald das erledigt ist, können wir unsere Operationen noch effizienter ausführen. Zuerst müssen sie die benötigten Materialien zur Anführerin des Widerstandslagers bringen. Ein Operator wird ihnen erläutern, wie sie an die Materialien kommen, sobald sie gelandet sind. Ja, Kommandant. Verbesserung in der Kommission angenommen. Aber das scheint wie ein Nebenquests zu sein. Tobi, bist du das? Ja, aber? Gott sei Dank. Mein Name ist 16D. Na, need the fuck. Mein Ausbilderin Elfby war beim Sturm auf der verlassenen Fabrik in deinem Team. Ich nehme nicht an, dass sie... Sie wurde während des Kampfes abgeschossen. Ich... Ich verstehe. Eine Schande. Sie war die beste Mentorin, die ich mir hätten wünschen können. Sie war so stark und bewundernswert. Was ist mit ihrem Körper geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es steht mir nicht zu, dich dies zu fragen. Aber nun, wenn du etwas von ihr finden solltest, würdest du dir etwas ausmachen, es mir zu bringen? Das hat keine Priorität oder so. Nur wenn du Zeit haben solltest. Zustimm. Ich werde die Augen aufhalten. Vielen Dank. Joa, bringen wir ein paar Erinnerungsstücke mit. Bot, haben wir Informationen bei 11B's Blackbox? Negativ. 11B's Blackbox ist noch nicht geborgen worden. Sie wurde in der Nähe des verlassenen Fabriks abgeschossen, richtig? Erinnerung an 11B angenommen. Aber, das sind einfach Nebenquests und wir können hier nicht, ähm, nicht irgendwie fliegen mehr. Eine Nachricht. Willkommen, 2B. Da ist unser Ziel. Die Wüste. Ach, was soll es? Was ist das wieder? Ja, richtig so. Okay, da kommen wir irgendwie nicht hin. Dann bewegen wir uns zum anderen Ziel. Boah, es ist echt geil. Hier. Ah, der ist noch nicht ganz gestorben. So, aktivieren. Karteninformation freigeschaltet. Posteingang. Ja, da haben wir in der Kommandanten verlorene Ausrüstung. Ich wollte dir von deinem letzten Einsatz noch etwas sagen. Laut unserer Analysethemen ist die Ausrüstung, die beim Einbrechen in die verlassene Fabrik verloren ging. Doch immer dort, ich habe ihre Vorsichtsposition markiert. Es wäre toll, wenn du sie bei den nächsten Besuch erholen könntest. Okay. Gut, dass du es markiert hast. Ist es das? Ach, das sind die, das sind die Nebenquests. Okay, jetzt weiß ich, das sind die Nebenquests, die dort angezeigt werden. Womöglich. Oh, wow, 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 wow. Autsch. Ah, es wird mindestens nicht mehr automatisch die Heilung veranlasst. Anscheinend. Und dann macht es das ein bisschen schwieriger, weil ich dann nochmal hier kleine Erholung selber nochmal heilen muss. Ups. Ah, jetzt verstehe ich es langsam mit dem Steuerkreuz, wie ich das zu handeln habe. Oder wie ich das handeln soll. So, hier ist doch irgendwas. Das ist ein riesen Turm, den könnte man besteigen, was ich auch mache. Oh, guter Ausblick. Und runter. Die legendäre Brücke, die war auch im Intro. Die gucke ich mir auch an. Ich glaube, das ist nicht mein Ziel, aber egal. Starke Gegner. Jetzt habe ich, jetzt habe ich aber... Wow. Oh, Stufe 25. Oh, 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 oh. Schnell weg. Weg hier, weg hier, weg hier. Warte, warte hier. Oh. Oh. Einfach in den Andritisch vor, den Charakter zu stärken, indem er grün versungen statt. Äh, beten und... Warte, fortfahren. Reparieren. Schnell, 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 und weg hier. Meiner. So, jetzt können wir zur Wüste. Weil das ist anscheinend... Okay, das ist 25er Gebiet. Oh. Uuuh. Uff. Ich bin nicht schuld. Schaut sich das an, ey. Autsch. Ich sollte wieder aufpassen. Ich sollte echt aufpassen. Uff. Oh, hier sollte eigentlich irgendwas sein, aber ich weiß nicht was. Wir haben den Auftrag abgeschlossen. Also wir können Anemone ansprechen. Bevor wir das aber machen, gehen wir zur Wüste und machen ein bisschen in der Wüste was. Wir machen die Wüste, unsicher. Und dann gehen wir nochmal zu Anemone. Weil sie kann warten. Da wären wir, in der Wüste. Gleich ein Job. Ihr seid von Yora, stimmt's? Ich hab von euch gehört. Ein Truppenkamera hat wartet vor uns in einem Felsinglandstrich. Begebt euch dorthin. Denkt nur dran, dass ihr dort nirgends Nachschub bekommt. Wenn ihr noch irgendetwas braucht, dann könnt ihr euch hier darum, solange ihr könnt. Und dann kann ich euch helfen. Äh, Erholung. Ja, das war's. Danke. Wie sie immer stolpert. Okay. So. Der Menschen hat eine Botschaft. Für alle tafferen Androiden, die auf der Oberfläche kämpfen. Der Menschen hat eine Botschaft. Das ist ja so. Hey, unser Anfänger hat uns etwas. Scheiße, Knallkopf. Freut mich, euch kennst du denn? Knallkopf? Das bedeutet dann wohl, dass wir den Zugang wieder öffnen müssen. Scheint so. Also, ähm, Knallkopf war der Name. Äh, was machst du hier draußen eigentlich? Hm, ach, das, tja. Äh, Knallkopf. Wir wollen doch niemanden mit diesen Kleinigkeiten belasten, oder? Versucht doch nicht, den Helden zu spielen, okay? Das in E-Mail erhalten. Hm. Ah, hier, Karteninformationen. Knallkopf. WTF. Maschinenzuwachs. Änderminern die Maschinenwesen in der Wüste. Gut. Wird gemacht. Oh, sehr, sehr düstere Wüste. Ein paar Rohre. Rohrenwüste. Wüstenregion. Auf geht's. Wuhuuu. Oh. Anjoy. Anjoy. Auuu Schnell heilen Ja, das geht langsam Aber die Superattacke hat irgendwie nicht so viel gebracht jetzt gerade Diese Ringe erinnern mich irgendwie an Sonic Ich weiß nicht warum Aber kommt, es sieht doch wirklich aus wie Sonic-Ringe So ein bisschen Oh, was ist da? Oh, das wird viel, das wird lang Sterben, weglaufen, weglaufen Unheimlich Okay Wie hat das gesagt, Robert? Hm? Hast du versucht zu flüchten? Schnell hinterher Komm da rauf Hm? Schnell Doch nicht schnell Okay, langsam Wüstenwohnungen Wüsten Landschaft Wüsten Wohnungen Alles Wüste Hoppala Kann man hier irgendwo Karteninformationen holen? Das wäre sehr von Vorteil Ah Höchstens hier Man ist direkt auf dem Weg Ich habe ihn nie mehr erhalten Ist hier was? Ne Da ist ein Access Point Auf Sieh mit Gebrülle Ah, da kommt jetzt noch welche, oder? Nein Endlich Menschheitsrat Ja, tausend sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten Und während der Kriege weiterhin festgefahren ist Während der Krieg weiterhin festgefahren ist Wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit euren mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht stehenden zu tun Um die Erde von den Maschinen zurückzuerbern Der Menschheit zu ehren Bündnis der Abgeordneten Menschheitsrat Okay Wenn ihr das sagt To be Hast du von der Jupiter-Wahrsagerin gehört? Die Mädels bei der FND Reden in der Forschung und Development Oder sowas, keine Ahnung Letzte Zeit über nichts anderes mehr Sie behaupten, dass man durch die Untersuchung der Farbe Und Form von Jupiters großen roten Fleck herausfinden kann Welches Glück einem bei Gesundheit, Arbeit und Liebe widerfährt Klingt fantastisch, oder? Ich probiere es aus und berichte dir davon Nein Astrologie Nicht wieder so ein Schmarrn Ähm, wie? Wow, 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 wow Immer das, was aus dem Aus dem Boden rauskommt Was kann ich noch mit L1? Ah, mit L1 muss ich das machen Stimmt, die Attacke Irgendwie habe ich die vergessen Hier Einzelteile Wow Da ist es ja wieder Hinterher Hinterher Sie verstehe ich nach wie wir sie uns Warum ist es weiblich? Au Nuten, Nuten, Nuten So, wir haben sie bald Ich glaube daran Ich weiß es nicht Unbedingt Ist es der richtige Weg Oder laufe ich wieder in eine Sackgasse? Äh, anscheinend ist es egal Naja Sie haben Angst vor uns Wir haben Angst vor ihnen Autsch, Autsch I-Tai, I-Tai Aua, aua, aua Ja, richtig so Zack Aua, ist das cool Aua, ist das cool Aua Aua Wow Ein großer Oh, die sind Level 12 ja schon Habe ich gar nicht gemerkt Muss ich ja voll aufpassen Und der ist sicher nicht Level 12 Ah, doch ist er Wow Jetzt hat Attacke Oh man Oh man Das kommt mir voll wie Star Fox vor Kann es sein, dass das irgendwie inspiriert ist auch von Star Fox? Würde mich nicht wundern Okay Damit ist das erledigt Nigeru, Nigeru Laufen, Laufen Nicht hier lang So, hier ist eine Tour Gleich gesehen Aber nicht gleich geöffnet Fernabwehr Plus erhalten Ist hier etwas Nein Aber wir gleiten einfach Ganz lässig runter Wörterbuche halten Android-Leichen Oh mein Gott Oh Gott What the fuck Überall Trennt er Schnell Wow Wir können runter gleiten Aber wie wir wieder hochkommen Weiß ich nicht Oh, jetzt Erzweckst du dir die Ansicht Oh, hier ist einer gestorben Fortfahren Reparieren Helf mir mal Dankeschön Hm Was ist hier? Beten und fortfahren Ich hab für Chinesisch oder japanischen Namen gebetet Bergen Dankeschön Wow Gleiten Gut, dass wir gleiten können Och du Scheiße Sind hier viele tot Meine Liebe, meine Liebe Muss ich sie jetzt töten? Äh What the fuck Liebe machen Sie machen Liebe Okay, jetzt schlage ich sie mal zu Dann rächt dich mal Ich werde es zu verhindern wissen Out Puh Das ist Das ist Schwierig Ja Au Oh, noch mehr Wie sie alles leuchtet Jetzt muss ich alles einsammeln Körperbericht Äh Fortfahren Bergen Danke Ich will den Upgrade Ich will die Upgrade Danke Hey, die nächste Funktion ist echt cool Gib mir langsam mal ein Level ab Ja, noch einen Ach du Scheiße, sind das viele Oh mein Gott Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pipi Oh nein Oh mein Gott, nein Oh ne Oh nein Oh nein Nein. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Ein großer Ball, der sich gleich bewegt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was kappen wir? Oh Gott. Was ist das? Sie haben einen Android ausgekackt. Sie haben eine Maschine ausgekackt. Ich verkneife mir mal einen Kommentar. Für das, was ich gerade gesehen habe. Level 1. Ja, tötet es, bevor es Eier legt. Also, die anderen haben schon Eier gelegt. Level 2? Level 3? Der levelt ganz schön schnell. Dafür, dass er geschlagen wird. Level 4. Ja, eigentlich sollte man nicht ihn schlagen, aber was soll ich denn sonst machen? Ich weiß schon, dass er jetzt immer mehr Levels kriegt, aber... Er hat gelernt, dass er ausweichen muss. Das ist schlecht. Er entwickelt sich ganz schön schnell weiter. weiter. Au. Aha. Er ist nur in eine Richtung. Das ist nicht alles. Was der? Also, das Teleportieren würde ich auch gerne können. Wow, oh, 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 oh. Ganz Wo ist er hin? Da ist er. Komm her. Puh. Komm. Ich weiß nicht genau, wann ich da ausweichen soll bei ihm. Jetzt hat er gut gewesen. Heilung. Schon Level 9. Level 10. Langsam kann ich nicht mal gegen ihn kämpfen. So stark ist er. Au. Los. Schlag hin. Schlag zu. Oh Gott. Neue Stufe. Ja. Oh. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott. Oh das tut weh. Oh. 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 Was für ein Dreck. Puh. Was ist das? Ganz ehrlich. Mach intelligEric, das heilt nicht. Es heilt sich. Ne, oder? Er wird aus sich selber. Wie? Er kommt aus sich selbst. Aber er hat noch immer keinen Penis. Schnell, weg hier. Er trägt sein eigenes. Seinen eigenen Körper. Jetzt ist er wieder kaputt gemacht worden. Wahrscheinlich nicht. Durch das Loch. Ja gut, durch das Loch. Kein Problem, gerne. Oh mein Gott. Oh, danke, dass es Doppeljump gibt. Sonst wäre ich jetzt tot. Oh nein. Oh, puh. Ich habe jetzt schon gedacht, alles ist kaputt. Puh, weg hier, weg hier, weg. Oh, was ist das hier? Ich bete. Du hast für Iro Baba gebetet. Iro Papa gebetet. Ähm, bergen. Ich brauche lieber die Zusatzwerte, als so einen komischen Extra-Ding. Immer beten. Ganz wichtig. Es ist ein Junge. Ja. Ich glaube, ein Mädchen wäre nie lieber gewesen. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich will nicht, hier. Oh, fuck. Autsch. Oh, 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 oh. mal behaupten drückt selbst so was haben sie wie geht das gedrückt also nein es hätte uns echt helfen können sind schon ziemlich stark beten und fortfahren das für halt gebetet das wollte ich eigentlich gar nicht so direkt machen aber egal bergen Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Ah, jetzt mit dem Ausweichen klappt gerade nicht. Und ich habe keine Heiltränke mehr. Oh, ist umgefallen. Oh, das ist doch geil. Ich muss unbedingt Heiltränke mehr kaufen. So. Äh, gehe ich überhaupt richtig? Ja, es gibt nur einen Weg. Von daher. Ich habe den ganzen Kommentar von 9S. Ich bitte nach 9S. Ich bitte nach 9S. Ähm Ich glaube das hat keinen Das hat keinen Sinn Das hat keinen Sinn das so zu machen Das ist irgendwie von Mario abgeguckt Kann das sein? Das erinnert mich irgendwie an Mario Diese Dinger Ich weiß es nicht So, wohin müssen wir denn? Okay Hier können wir gleich so einen Punkt auch holen Denke ich Oh Nehmen wir das Stolper Es sind ganz schön viele Leute gestorben Kunita Bergen Und noch einer Äh Paru Baru Beru Beru Bell Bell ist auch gestorben Ah Zurück am Anfang Ja gut Da kann ich gleich mal ein paar Ah Knallkopf Oh hi Knallkopf Ich habe gehört dass ihr in den Wüsten ein paar Blechdosen Gerüttel Ja wir sind zurück Vielen Dank für die Sicherung der Wüsten Das ist eine enorme Hilfe Ich weiß es nicht viel Aber bitte nehmt dies Das ist das mindestens was ich tun kann Und schaut vorbei wenn ihr etwas braucht In Ordnung Keine Erholung Ja Ich wollte eh ein bisschen mehr davon kaufen Wenn es dir keine Umstände macht So 20 Stück Danke Können auch so Angriffs Plus Ja ich mach mal hier zwei Angriffs Plus Und ähm Abwehr Plus Oh nein Nicht 98 Stück So Vielleicht bringt es ja was Ähm was ist hier Ah Danke Quatschus gespeiert So Ich denke Achso Moment Hier Geht hier weiter Ja das stimmt Ich habe ganz schön viel Damage abbekommen So Ähm ich würde sagen Das war es für diese Folge Ähm wir sehen uns dann im Widerstandslager wieder Und ja Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und bis zum nächsten Mal Ähm viel Spaß noch Und äh ja Ich bin raus Adios Sayonara Viel Spaß noch Mit mir Und bis zum nächsten Mal Und bis zum nächsten Mal